Ich finde, wir sollten gehen. Deine Meinung interessiert niemanden. Lass ihn reden. Und du komm nicht auf die Idee, mir den Mund zu verbieten. Wenn Sophias Mutter noch am Leben ist, kann es gut sein, dass sie zur Festung gegangen ist. Beide kannten die Stadt nicht, haben aber von der Festung gehört. Montjuic ist am anderen Ende von Barthelonne. Und man kann nie wissen, wann man einem von diesen Dingern begegnet. Das ist Selbstmord, oder? Buchstäblich Selbstmord. Und wozu? Um festzustellen, dass die Mutter von der Kleinen schon tot ist. Verdammt, Roberto, jetzt ist aber gut. Das versteht sie doch gar nicht. Was ist, wenn euch das Essen hier ausgeht? Wollt ihr hier unten etwas anbauen? Hier bleiben ist Selbstmord. Ein langsamer, aber dennoch Selbstmord. Er hat recht. Wir können nicht ewig hier unten aushauen. Die einzigen Menschen, die so lange unter der Erde sein können, sind die Toten. Stimmen wir ab? Dürfen Mexikaner überhaupt wählen? Halt die Fresse, Marquez. Wer findet auch, dass wir gehen müssen? Ich gebe es nicht gern zu, aber er hat recht. Du bist jetzt allein, Roberto.